Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, Herr Lappenküper, für die Einladung und für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend in der Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichskuh zu Gast zu sein und Ihnen die radikale Frauenbewegung im deutschen Kaiserreich vorstellen zu dürfen. Die radikale Frauenbewegung ist ein allzu weites Thema, um das in 45 Minuten abzuwickeln. Also musste ich mich für den heutigen Vortrag auf einzelne Themen konzentrieren und so werde ich insbesondere auf den Entstehungszusammenhang eingehen, sowie auf einzelne Themen, die für diesen Teil der Frauenbewegung charakteristisch sind und einzelne Kämpfe. Das dürfte uns, davon bin ich ganz überzeugt, genügend Stoff für eine Diskussion im Anschluss geben. Ich habe den Vortrag, wie Sie sehen, folgendermaßen strukturiert. Gerne möchte ich einleitend ein paar Bemerkungen zu den Begriffen, die bereits schon vorproblematisiert wurden, zu den Begriffen Frauenbewegung radikal und gemäßigt vorausschicken. Dann werde ich drei Stationen machen. Zuerst werde ich zur Kontextualisierung die Geschlechterverhältnisse im Kaiserreich in groben Zügen schildern. Das ist sozusagen der Entstehungshintergrund. Weiterhin möchte ich im zweiten Schritt Kämpfe der radikalen Frauenbewegung vorstellen, die Sie in der damaligen frauenbewegten Landschaft auszeichneten oder Sie charakterisierten. Und schließlich werde ich mich auf Hamburg als Standort der radikalen Frauenbewegung fokussieren, um das Ganze am Ende etwas konkreter zu gestalten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand im deutschsprachigen Raum, genauso wie übrigens auch in den USA und in Westeuropa, eine Frauenbewegung. Die Historikerin Angelika Schaser definiert Frauenbewegung, ich zitiere, als eine soziale Bewegung, die aus Frauenvereinen und Frauenorganisationen besteht, die von Frauen gegründet, geleitet und dominiert werden oder wurden, in unserem Fall. Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts engagierten sich diese Frauenvereine, ich zitiere Angelika Schaser weiterhin, sie engagierten sich auf unterschiedlichen Feldern für eine Verbesserung der Situation von Frauen, mit der sie auch gesamtgesellschaftliche Reformen durchsetzen wollten. Hinter dieser sehr allgemeinen Definition steht, fügt Angelika Schaser hinzu, eine Vielzahl von Frauenvereinen mit unterschiedlichsten Zielsetzungen. Zitat Ende. Diese reichten von besseren Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen über die Milderung der Not alleinstehender Mütter oder den Kampf gegen Alkoholmissbrauch, Prostitution und Mädchenhandel bis zur Rechtsgleichheit zwischen den Geschlechtern in einer rundum reformierten Gesellschaft. Die deutsche Frauenbewegung im Kaiserreich konnte somit karitative, sozioökonomische, bildungs-, arbeitspolitische, hygienische, ethische oder auch parteipolitische Ziele verfolgen. Und mehrere davon. Sie war am Ende des 19. Jahrhunderts so ausdifferenziert und vielfältig, dass die neuere Forschung, wie das bereits angesprochen wurde, inzwischen gern von Frauenbewegungen im Plural spricht. Und die sogenannte radikale Frauenbewegung, auch ich benutze ich gerne Anführungsstriche, nur hier aus ästhetischen Gründen nicht auf der Folie. Die radikale Frauenbewegung formierte sich im Deutschen Kaiserreich gegen Ende der 1880er Jahre und sie war von der Mitgliedschaft her Teil der bürgerlichen Frauenbewegung. Doch ideell stand sie der sozialistischen oder im damaligen Duktus der proletarischen Frauenbewegung oft näher als dem konservativen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Lassen Sie mich bitte kurz auf die Termini von bürgerlicher und proletarischer, von radikaler und gemäßigter Frauenbewegung eingehen. Diese Begriffe wurden von den Akteurinnen damals selbst verwendet und lange Zeit wurden sie von der Forschung schlicht übernommen. Jedoch ist es inzwischen klar, müssen sie kritisch hinterfragt werden und sie können zumindest nicht mehr als Rubriken verwendet werden, unter der sich die Frauenbewegungen sauber zuordnen ließen. Dazu waren die Grenzen viel zu fließend. Die Bezeichnung bürgerlicher Frauenbewegung zum Beispiel wurde von sozialistischen Zeitgenossinnen stets kritisch, ja höhnisch verwendet. Das war sozusagen eine Beleidigung. Bürgerliche Frauenbewegung. Diese Bezeichnung stimmt von der soziologischen Zusammensetzung der Bewegung her. Und zwar der Soziologin Ute Gerhardt zufolge bestand diese Bewegung aus 85 Prozent Frauen aus bürgerlichen Familien, 10 Prozent aus Arbeiterfamilien und 5 Prozent aus dem Adel. Soziologisch gesehen war das wirklich eine bürgerliche Frauenbewegung. Doch nicht alle Frauenvereine, die Bestandteil dieser großen Bewegung von Frauen waren, nicht alle Frauenvereine der bürgerlichen Frauenbewegung verfolgten feministische Ziele. Unter feministisch verstehe ich eine Bewegung oder Handlung, die insgesamt auf eine Verbesserung des Status der Frauen hin zielt. Zudem waren die Frauenvereine in der damaligen sehr großen Frauenbewegung auf dem ganzen politischen Spektrum zuzuordnen, von sozialistisch bis zu deutschnational sogar teilweise mit imperialistischen Affinitäten. Auch die Bezeichnung und Zuordnung als radikal oder gemäßigt ist insofern problematisch oder zumindest zu problematisieren, als die Gemäßigten das Adjektiv radikal meist abwertend verwendeten und umgekehrt. Und die Akteurinnen, die damaligen Frauenrechtlerinnen spitzten damals gerne das Trennende zwischen den Richtungen zu, um die eigene Gruppenidentität zu stärken. Dies gilt übrigens auch in geringerem Maße auch für das Verhältnis zwischen bürgerlicher und sozialistischer Frauenbewegung. Auch waren die Grenzen zwischen den beiden Richtungen, gemäßigt und radikal, manchmal fließend und oft themenabhängig, sodass, das werden Sie verstanden haben, eine strikte Trennung nach Personen und Vereinen aus heutiger Sicht der Forschung nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Um die Bedeutung von radikal zu umreißen, möchte ich auf zwei der Hauptvertreterinnen dieser Richtung zurückgreifen. Einmal Hedwig Dome, Autorin von zahlreichen Essays und Romanen, feministisch unterwegs und auch engagiert und Saloniere in Berlin. Hedwig Dome schreibt, radikal heißt wurzelhaft. Da bezieht sie sich auf die Etymologie radix die Wurzel. Radikal heißt wurzelhaft und bezeichnet am besten das Wollen und Handeln jener streitbaren Frauen, die die Axt an die Wurzel der Übel legen. Das hört sich ganz schön kämpferisch an und dieses Zitat passt tatsächlich ziemlich gut auf die Hamburgerin Lida Gustava Heymann hin. Doch was heißt dieses Zitat? Das heißt ganz klar eine Abkehr von der Wohltätigkeit, von der Tradition wohltätiger Frauenvereine. Nun mit diesem radikalen Ansatz geht es darum, die Probleme nicht nur so an der Oberfläche zu behandeln, sondern wirklich an der Wurzel, das heißt die Strukturen zu verändern. Anita Augsburg gehört einer späteren Generation an, schreibt ihrerseits, sie beschreibt hier ihr Verständnis der Frauenfrage, der viel besprochenen Frauenfrage und schreibt, die Frauenfrage ist zwar zum großen Teil Nahrungsfrage, aber vielleicht noch in höherem Maße Kulturfrage. In allererster Linie aber ist die Rechtsfrage, weil nur von der Grundlage verbürgter Rechte nicht idealer an ihre sichere Lösung überhaupt gedacht werden kann. Anita Augsburg hat Jura studiert und ist die erste deutsche Frau, die den Titel Dr. Jura erhalten hat oder promoviert wurde. Das erkennt man an diesem Ansatz, der ist aber auch deswegen so bedeutungsvoll, denn es heißt, dass diese Frauenrechtlerin zwar die ökonomische Notwendigkeit anerkennt, wenn sie von Nahrungsfrage spricht, sie erkennt auch die kulturelle Dimension der Frauenbewegung, das heißt, dass insgesamt der Beitrag der Frauen in der Gesellschaft aufgewertet wird, doch ist das, was die radikale Frauenbewegung vielleicht am besten kennzeichnet, ist dieser Ansatz, eine juristische Gleichheit, eine gesetzliche Gleichheit zu erlangen, denn nur in verbürgten Rechten kann man glauben und die eigene Situation verbessern. Wie angekündigt, möchte ich wirklich in groben Zügen die Geschlechterverhältnisse im deutschen Kaiserreich schildern. Hier beziehe ich mich auf eine langzeitige Entwicklung, die sich auf das ganze 19. Jahrhundert hinstreckte. Ich möchte zunächst den grundlegenden Wandel der Gesellschaft in den deutschen Staaten im langen 19. Jahrhundert hinweisen. Ich spreche hier oder spiele hier auf die Bauernbefreiung, die sogenannte Bauernbefreiung, auf die Aufhebung der Zunftordnung, die eine radikale Veränderung der wirtschaftlichen Ordnung nach sich zog und auch auf die Industrialisierung. Das sind mindestens drei Faktoren, die die soziale Ordnung, die gesellschaftliche Ordnung in den deutschen Staaten grundlegend verändert hat, nicht zuletzt auch in Bezug auf die Geschlechterrollen und die Geschlechterordnung. Hier herrschte noch in der frühen Neuzeit das Modell des ganzen Hauses. Dieser Ausdruck stammt vom Historiker Otto Brunner. Das Modell des ganzen Hauses, was ist das? Das bezeichnet eine Zeit, in der die Lebens- und Produktionsstätten an einem Ort sich zusammenfanden und zwar damals, also typischerweise, das ist etwas schemenhaft geschildert, auf dem Hof beziehungsweise im Haus. Auf dem Hof produzierte man und lebte man, Produktion und Reproduktion. Nach diesem Modell waren alle Hof- und Hausbewohner, Angehörigen, inklusive des Personal und Gesinde, sie gehörten alle zu diesem einen Haushalt und trugen alle zum Lebensunterhalt bei. Und in dieser Zeit, auch da wieder etwas schemenhaft formuliert, ging man davon aus, dass die beiden Geschlechter, Männer und Frauen, zwar grundunterschiedlich waren, doch waren sie meistens gleichwertig. Dieses Modell wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts verdrängt, zugunsten des entstehenden Modells der bürgerlichen Gesellschaft, in der die Lebens- und Produktionsstätten zunehmend voneinander getrennt waren. Man arbeitete und sicherte seinen Lebensunterhalt außerhalb des Hauses. Die Familie wurde eben so zunehmend auf die Kernfamilie, sprich Eltern und Kindern, reduziert. Das Personal gehörte nicht mehr dazu und auch eventuelle verwitwerte Familienangehörige oder unverheiratete Töchter wurden nicht mehr ganz aufgenommen, wie im vorigen Modell. Und Männer und Frauen bekamen zunehmend spezifische Wirkungsbereiche und die Geschlechter wurden nicht mehr als gleichwertig betrachtet. Warum? Als ich von spezifischen Wirkungsbereichen sprach, war das so, dass die Männer mehr und mehr ihrer Arbeit außerhalb des Hauses nachgingen und dort den Lebensunterhalt für die ganze Familie gewannen. Während die Frau auf die häusliche Sphäre hingewiesen wurde, ihr kamen die Aufgaben des Haushalts und der Kindererziehung zu. Die Arbeit und das Verdienen für die ganze Familie wurden zunehmend aufgewertet, während die häusliche Sphäre eher abgewertet wurde. Hinzu kam, das war allerdings kein neues Phänomen, die strukturelle ökonomische Abhängigkeit der Frauen. Mit der Transformation der Lebens- und Produktionsstätten, die ich vorhin geschildert habe, stellte sich im Lauf, also bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, immer schärfer das Problem, oder es wurde als Problem wahrgenommen, die Situation der unverharrteten Töchter. Da wurde der Ausdruck von der Frauenfrage geprägt. Das war die Frau, was machen wir mit diesen Frauen, seien sie verheiratet oder nicht, die ihre eigene Existenzgrundlage erwirtschaften mussten, jedoch dafür nicht qualifiziert waren. Denn das Bildungssystem für Mädchen war damals den Herausforderungen der Zeit überhaupt nicht gewachsen. Mädchen erhielten eine nur rudimentäre Bildung. Die Volksschule, eventuell gefolgt von der höheren Mädchenschule für die bessergestellten Mädchen, bot keine berufliche Qualifizierung für Mädchen, das war einfach nicht vorgesehen, so dass Frauen im Endeffekt als unqualifizierte Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt ankamen und dass sie am Ende den härtesten Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren, die da waren, noch niedrigere Löhne als etwa männliche Arbeiter, mehr Druck inklusive sexueller Belästigung durch den Vorarbeiter oder den Arbeitgebern oder den Hausherrn in urbanen Milieus. So stellte sich zunehmend im Laufe der Industrialisierung und der Modernisierung in den deutschen Staaten stellte sich die Frage, insbesondere für die bürgerlichen Mädchen, was aus ihnen werden soll, wenn sie sich nicht frühzeitig verehelichen. Im Umkehrschluss wurde ihnen die Ehe als ideales Lebensziel und als A und O einer weiblichen Existenz vorgestellt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Rollenmuster schon ziemlich verfestigt. Der Mann, gerade in bürgerlichen, in besseren Kreisen, wurde als Familienernährer wahrgenommen. Ihm fiel die produktive und bezahlte Arbeit zu, während die Frau, seine Ehefrau, für Kinder und Haushalt zuständig war. Das ist die unbezahlte, reproduktive Arbeit. Mit dem Stichwort verschränkte Ungleichheiten möchte ich in Kürze nur darauf hinweisen, dass einerseits Frauen aller Stände damals aufgrund ihres Geschlechts, insbesondere gesetzlich, diskriminiert waren. Das ist der eine Aspekt. Aber der andere ist, dass es manchen Frauen doch besser ging als anderen. Denn es war nicht nur der Geschlechtsunterschied, der eine Rolle spielte, sondern auch die soziale Zugehörigkeit, die religiöse, die nationale etc. Und insbesondere die sozialen Unterschiede waren damals sehr strukturierend. Auf die spezifische doppelte Diskriminierung der Arbeiterinnen hat August Bebel in seinem Werk Die Frau und der Sozialismus aus dem Jahr 1879 hingewiesen. Und dieses Werk wurde die Bibel der Frauenbewegung genannt. Das heißt, nicht nur die proletarische Frauenbewegung, also nicht nur die Arbeiterinnen haben das gelesen oder vielleicht sogar eher weniger, aber sämtliche bürgerliche Frauenrechtlerinnen dieser Zeit haben dieses eine feministische Manifest gelesen. Die Kämpfe der radikalen Frauenbewegung. Da habe ich mir die Frage gestellt, auf welche Kämpfe kann ich mich konzentrieren, um am besten die Frauenbewegung zu charakterisieren. Meine erste Wahl fiel auf den Kampf gegen das bürgerliche Gesetzbuch, das im Endeffekt 1896 angenommen wurde in zweiter Lesung und 1900 in Kraft trat. Bis zur Nationaleinigung Deutschlands 1871 war die Rechtsstellung der Frau, die im Privatrecht kodifiziert war, von Staat zu Staat unterschiedlich. Und zudem, also das aufgrund des Föderalismus, und zudem war diese Rechtsstellung das Ergebnis einer Schichtung von Gewohnheitsrecht, von lokalen Kodifizierungen und der Anwendung von Gesetzen. Die Soziologin und Juristin Ute Gerhard spricht in diesem Zusammenhang von einem bunten Flickenteppich, um die Pluralität der Rechtsstellung der Frau in den deutschen Staaten zu charakterisieren. Nach der Reichsgründung war klar, dass das Zivilrecht vereinheitlicht werden muss und so entstand das Projekt Bürgerliches Gesetzbuch. Und obwohl das BGB von den zeitgenössischen Rechtsexperten als, ich zitiere, Manifest einer liberalen Rechtskultur, Zitat Ende, gefeiert wurde, stellte Ute Gerhardt zufolge das BGB für die Rechtsstellung der Frau einen Rückschritt dar. Insbesondere im Vergleich zum preußischen Zivilgesetzbuch, das preußische Allgemeine Landrecht von 1794, das in seinen Bestimmungen relativ liberal war, insbesondere in Bezug auf das Recht der Frau auf Eigentum und das Scheidungsrecht. Es sind insbesondere diese Artikel oder Paragraphen, die Sie hier sehen, die bei den Frauen des Kaiserreichs ein starkes Gefühl der Ungerechtigkeit hervorgerufen haben. Zum einen ist es der gehörsamen Paragraph, nachdem in letzter Instanz der Ehemann die Entscheidungsgewalt in den Angelegenheiten der Eheleute hat. Übertragen auf die Frage der Kinderfürsorge kam, das ist der zweite Punkt, die Frage nach der elterlichen Sorge oder väterlichen Sorge. Im BGB stand zwar der neue Ausdruck von elterlicher Gewalt, dennoch wiesen die folgenden Paragraphen darauf hin, dass im kritischen Fall oder im Krisenfall der Vater derjenige war, der in Angelegenheiten der Kindererziehung entscheiden würde. Der Frauen kamen insgesamt nur Pflichten in diesem Bereich zu. Ebenso revoltierend war das sogenannte Verwaltungs- und Niesbrauchrecht über das Vermögen der Ehefrau durch den Ehemann. Das bedeutet, dass am Tag der Eheschließung das eventuelle Vermögen der Frau dem Ehemann schlicht übertragen wurde, dass weiterhin nach der Eheschließung nur der Ehemann über das Vermögen der Frau verfügen konnte und das verwalten konnte. Die Ehefrau durfte lediglich das kleine Vermögen selbst verwalten, das sie durch ihre eigene Arbeit erworben hatte. Allerdings war der Ehemann dazu berechtigt, das Arbeitsverhältnis seiner Frau fristlos zu kündigen, wenn er schätzte, dass dieses Arbeitsverhältnis seiner Frau daran hinderte, ihre Hausverpflichtungen nachzugehen. Die hier skizzierten Bestimmungen sanktionieren die rechtliche Unterordnung der Frau in der Ehe und ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ihrem Ehemann, dessen uralte Rolle als ehrlicher Vormund, man sprach früher vom Ehevormund, durch das BGB wieder ganz gefestigt wurde. Die bürgerliche Frauenbewegung hat sich sehr frühzeitig eingemischt oder versucht sich einzumischen in diesem Kodifizierungsprozess des BGBs und der Prozess fing 1873 an. Und die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, Luise Otto Peters, die Sie hier ganz oben links sehen, Luise Otto Peters hat sich bereits 1876 an den Reichstag gewandt mit einer Petition, mit der Bitte an die Gesetzgeber, auf den Gleichheitsgrundsatz zu achten und die Interessen der Frauen zu berücksichtigen, insbesondere in den Gesetzen, die die Ehe und die Vormundschaft bestrafen. Sie wussten also bereits ziemlich genau Bescheid, wo die fraglichen Paragrafen waren. Doch ihre Forderungen wurden soweit ignoriert. Derweilen veröffentlichten die Frauenrechtlerinnen, die Sie hier sehen, mehrere Broschüren, also Informationsbroschüren an die Adressen der Frauen, um sie darüber zu informieren, worum es überhaupt ging, wo ihre Rechte waren und was der Gesetzentwurf des BGBs für sie gegebenenfalls bedeuten würde, an Konsequenzen. Also an Agitation hat es auch da nicht gefehlt. Der Prozess ging weiter mit der ersten Lesung, der zweiten Lesung und inzwischen hatte Anita Augsburg, die Sie hier in der Mitte sehen, und mit ihr eine Handvoll deutscher Frauen Jura studiert. Ich möchte hier nennen, Anita Augsburg, Marie Stritt, die Sie ganz rechts sehen, aber auch Marie Raschke und das auf unterschiedlichen Wegen. Anita Augsburg ist ins Ausland gegangen, nach Zürich, um Jura zu studieren, weil es damals in Deutschland noch lange nicht erlaubt war, für Frauen. Marie Stritt hat im Selbststudium sich an Fachwissen in Jura angeeignet, während Marie Raschke die deutschen Universitäten mit Sondererlaubnissen besucht hat, auch ein paar Jahre später. Damit hatten sich solche Frauenrechtlerinnen ein solides juristisches Wissen angeeignet, das ihnen ermöglichte, noch weiterhin zu versuchen, zu intervenieren, um die fraglichen Paragraphen überarbeiten zu lassen und die Frauen zu mobilisieren. Die Mobilisierungsaktion um das BGB war ein Erfolg. Es ist nicht immer so, aber in diesem Fall sind tatsächlich bürgerliche und sozialdemokratische Frauen zusammenmarschiert und haben auf unterschiedlichen Wegen gegen den Gesetzentwurf protestiert. doch wenn man jetzt die politische Aktion selbst oder die Intervention selbst betrachtet, war das nicht so erfolgreich. Die Bitten der Frauen wurden weitgehend ignoriert und das BGB in zweiter Lesung 1896 angenommen mit sehr geringfügigen Änderungen im Interesse der Frauen. Als Ergebnis haben viele bürgerliche Frauen das Bedürfnis empfunden, weiterhin diese Informationsarbeit über die Rechtslage bei den Frauen auszuüben. Das markierte also den Beginn der Frauenrechtsschutzvereine, die binnen weniger Jahre ein ganzes dichtes Netz über das gesamte Kaiserreich bildeten. Das waren Informations- und Beratungsstellen von Frauen für Frauen aller Stände in verschiedenen Situationen, sei es im privaten und Familienrecht oder in Angelegenheiten mit dem Arbeitgeber. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ja, diese ganze Auseinandersetzung um das bürgerliche Gesetzbuch hat in feministischen Kreisen und dann darüber hinaus die sogenannte Ehekritik ausgelöst. Das bezeichnet eine intensive Debatte, die meistens über die Frauenzeitschriften ging, um die Institution der Ehe. Die radikalen Frauenrechtlerinnen haben sich da sehr stark engagiert in der Ehekritik, doch letztendlich forderten sie keine, also die einen haben für sich eher die freie Ehe bevorzugt, aufgrund der juristischen Zwänge, die die Eheschließung bedeuteten, doch freie Ehe bedeutete nicht zwangsweise oder bedeutete nicht freie Liebe. Und das ist die Ecke, in die die Gegner der Frauenbewegung versucht haben, sie reinzuschieben. Doch hatte das durchaus alles einen sehr seriösen ethischen Fundament. Eine weitere Schlussfolgerung der radikalen Frauenrechtlerinnen war zu sagen, gut, wir haben uns formgerecht an die Gesetzgeber gewandt, an die Reichstage, an die Landtage, an die Regierungen und wir wurden ignoriert. Also es ist jetzt höchste Zeit, dass wir selbst und zwar direkt an der Gesetzgebung beteiligt werden. Und so fing der Kampf um die politische Gleichstellung an. Das heißt, meine Interpretation dieser Episode aus der Geschichte ist, dass die Art und Weise, wie die Gesetzgeber die Frauenrechtlerinnen der Zeit ignoriert haben, das hat manche Frauenrechtlerinnen radikalisiert in ihren Kollektivhandlungen und Überlegungen. Ja, Kampf um die politische Gleichstellung, das bedeutet nicht nur die Erlangung des Frauenwahlrechts, sondern auch, das wäre ja schon ein netter Anfang gewesen, die Tatsache, dass die radikalen Frauenrechtlerinnen forderten dringend eine Reform des Vereinrechts. Denn seit dem Scheitern der Revolution von 48, 49 wurden in Preußen und in den meisten deutschen Staaten daraufhin Vereinsgesetze verabschiedet, die Frauen an der Teilnahme politischer Vereine hinderten oder das einfach verboten. Auch Pressegesetzte Gesetze zielten daraufhin, Frauen die Chefredaktion von politischen Zeitungen zu verbieten. Das heißt, mit diesen beiden Gesetzen wurden Frauen aus der politischen Öffentlichkeit verdrängt. Ja, hier sehen Sie eine ganze Sammlung von Werbematerial des Deutschen Verbandes für Frauen Stimmrecht. Das sind sozusagen alles Produkte der radikalen Frauenbewegung. Um das Schritt für Schritt zu schildern, wurde von den Frauenrechtlerinnen zeitgleich aus dem bürgerlichen und, Entschuldigung, aus dem gemäßigten und aus dem radikalen Lager zum ersten Mal 1894 in einer öffentlichen Kundgebung das Frauenwahlrecht gefordert. Das war absolut unerhört und noch überhaupt nicht vorgesehen. Die Forderung stand da zum ersten Mal. Zeitgleich wurde immer eine Reform des Vereinrechts mit gefordert. Und was die Forderung nach dem Frauenwahlrecht angeht, waren die deutschen Frauen tatsächlich per Gesetz daran gehindert, Frauenwahlrechtsvereine zu gründen, wie sie etwa in anderen Ländern existierten, zum Beispiel in Großbritannien, das Vereinsgesetz Verbot ist. Doch erwies sich das juristische Wissen einer Anita Augsburg als sehr hilfreich, denn dieser Doktor der Jurawissenschaften studierte die Gesetzestexte des Kaiserreichs und der verschiedenen Staaten und merkte, dass ausgerechnet in Hamburg das Verheinsgesetz nicht explizit die Frauen an der Teilnahme an politischen Vereinen verboten. Also wurde Hamburg als der Ort auserkoren, in dem der erste Deutsche Verein für Frauenstimmrecht 1902 gegründet wurde. Der Verein konnte aufgrund des Gesetzes hier nicht aufgelöst werden. In Preußen hätte das nicht lange gedauert, bis die politische Polizei das gemacht hätte. Von nun an ging es ziemlich schnell. Die Frauenrechtlerinnen waren inzwischen sehr geübt in Agitation, sodass binnen zwei Jahren ein beeindruckendes Netz an Vereinen für Frauenstimmrecht im Kaiserreich entstanden war. 1904 hieß es schon Deutscher Verband für Frauenstimmrecht und mit dieser Verband Struktur konnten die deutschen Frauenstimmrechtlerinnen Anschluss finden an die internationalen Organisationen für Frauenstimmrecht. Das war das Ziel, eine Stufe höher zu kommen. Ja, der Kampf um das Frauenstimmrecht blieb zentral in der Agitation und Arbeit der radikalen Frauenbewegung und wie es vorhin erwähnt wurde, ich fasse mich hier ein bisschen kürzer, wurde, wie Sie wissen, im November 1918 schließlich den Frauen das Wahlrecht erteilt, doch nicht vom Kaiser, auch nicht von der Reichsregierung, auch nicht von den Reichsteigsabgeordneten, sondern von der provisorischen Regierung der Revolution im November 1918, also praktisch von Sozialdemokraten. Ja, abschließend habe ich mich für den heutigen Vortrag mit Hamburg als Standort der radikalen Frauenbewegung auseinandergesetzt, obwohl ich mich bisher auf Hamburg nicht speziell fokussiert habe, doch war das eine sehr interessante Überlegung, über die ich mich freue. Wenn man von radikaler Frauenbewegung spricht und von Hamburg in einem Satz, muss der Name Lida Gustava Heymann fallen. Lida Gustava Heymann, die Sie hier sehen, wurde 1868 in Hamburg geboren und sie stammte aus einer sehr reichen Handelskaufmannsfamilie. Sie wurde zunächst zusammen mit ihren oder wie ihre vier Schwestern bekam sie zunächst Privatunterricht zu Hause, wurde dann auf eine etwas bessere, höhere Töchterschule geschickt und schließlich in ein internationales Mädchenpensionat nach Dresden. Dadurch erhielt sie eine etwas bessere Bildung und wir können festhalten, dass sie standesgemäß eine klassische Mädchenbildung für die Zeit erhielt. Der Vater bewunderte sie sehr für ihre Entschlossenheit, die wohl damals schon merklich war und sie verehrte im Gegenzug auch ihren Vater, für den sie übrigens auch ab und so gearbeitet hatte. Ihr Vater verstarb früh 1896 und nach dessen Tod war Lida Gustava Heimann als Miterbin vollkommen finanziell unabhängig. Ich habe hier schwindelerregende Zahlen. Sie soll 6 Millionen Reichsmark geerbt haben. Ich weiß nicht, wie viel Euro das macht, doch das hört sich schon sehr viel an. 6 Millionen Reichsmark inklusive Grundbesitz und Immobilien, Hypotheken sowie deutschen und ausländischen Wertpapieren. Das Ganze in Hamburg selbst, in Hamburg Mitte. Von diesem Tag an führte Lida Gustava Heimann ihr Leben genau so, wie es ihr vorschriebte. Da sie nun nicht länger unter der väterlichen Vormundschaft stand, sie war auch vorsichtig genug gewesen nicht zu heiraten, das kam für sie überhaupt nicht in Frage, das hatte ihr Vater auch schon verstanden und sie war wie gesagt finanziell vollkommen unabhängig und sie hat sich zusätzlich naturalisiert, also das heißt, sie hat einen administrativen Schritt in Hamburg gemacht, der sie ermöglichte, ihr Vermögen selbst zu verwalten. Das war ein administrativer Akt. Gut, sie wusste noch nicht so genau, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte, also stürzte sie sich ohne festen Plan zunächst sofort in verschiedene Aktivitäten. Sie umgab sich mit einer Gruppe von jungen Frauen, die ebenso aus guten Familien stammten und genauso wie sie selbst sich für die Gesellschaft nützlich machen wollten. Sie richteten zusammen für Arbeiterinnen einen günstigen Mittagstisch und einen gemischten Kinderhort ein. Der Erfolg war so groß, der Erfolg und die Nachfrage waren so groß, dass Heimann 1897, also ein Jahr später, ein Haus in der Paulstraße im Zentrum Hamburgs kaufte, das nicht nur einen Mittagstisch für Frauen und einen Kinderhort beherbergte, sondern auch eine Volksbade Anstalt, eine Bibliothek, ein Wohnzimmer, ein Nähzimmer, ein Auskunftsbüro und einen Saal für kulturelle Abendveranstaltungen. Das Haus in der Paulstraße war gewissermaßen ein Vorläufer der westdeutschen Frauenzentren der 1970er Jahre. Mit dem Vermögen, das ihr zur Verfügung stand, finanzierte Heimann so auch weitere soziale Projekte zur Selbsthilfe von Frauen für Frauen. Da war eine emanzipatorische Dimension im Zentrum immer solcher Projekte. Nur einige wenige Beispiele. Sie gründete zum Beispiel einen Verein mit dem Namen Industria für im Handel angestellte Frauen, der mit einer Stellenvermittlung und einer Handelsschule verbunden war. Ferner gründete sie eine Zentrale für weibliche Bühnen Angehörige. Das knüpft an die Problematik der Prostitution, denn dieses weibliche Publikum war der Prostitution oft zumindest ausgesetzt. Es war eine Gefahrengruppe, sagen wir so. Ein weiteres Beispiel ist ein Verein für Kleiderreform, nur um die Weite der Themen zu nennen, für die sie sich einsetzte. Das heißt, Lida Gustava Heimann war nicht nur eine unermüdliche Aktivistin, sondern auch eine Mäzenin der deutschen Frauenbewegung. Wie die meisten radikal kam auch Heimann über den allgemeinen deutschen Frauenverein, 1865 gegründet, zur deutschen Frauenbewegung. Der ADF hatte ab 1896 erst eine Niederlassung in Hamburg und da war sie an der Gründung der Ortsfiliale mitbeteiligt. Und obwohl sie diese Filiale mitbegründet hatte, geriet Lida Gustava Heimann relativ schnell mit deren Vorsitzende Helene Bonfort auseinander, denn es ging Lida Gustava Heimann alles nicht schnell genug, es war alles zu vorsichtig und zu moderat und zu zurückhaltend. Mit zwei ihrer künftigen engen radikalen Mitstreiterinnen, Charlotte Engel Reimers und Martha Zietz gründete nun Lida Gustava Heimann einen Ableger des Vereins Frauenwohl in Hamburg. Frauenwohl, dieser anfangs kleine Verein, wurde von Minna Kauer 1888 in Berlin gegründet. Das ist immer dasselbe Muster, ein Netzwerk ausspannen, das heißt nach und nach entstanden überall in den Großstädten des Reichs weitere Vereine Frauenwohl und diese Struktur oder Organisation sollte zur Wiege der radikalen Frauenbewegung werden. Lida Gustava Heimann erkannte um diese Zeit wahrscheinlich unter dem Einfluss der Radikalen, mit der sie inzwischen in Kontakt gekommen war, dass alles, was sie bis dahin unternommen hatte, lediglich Wohltätigkeitsarbeit war, die, wenn sie auch das eigene Gewissen beruhigte, kein soziales Problem auf Dauer löste, siehe das eingangs genannte Zitat von Hedwig Dohm. So schloss sich Lida Gustava Heimann den radikalen Frauenrechtlerinnen an, für die sie alle Kämpfe in Hamburg ausgefochten hat. Dabei blieb sie mit der Gründung von Vereinen mit radikalen feministischen Forderungen in Hamburg nicht unbemerkt. Das ist ja klar, ne? Und sie wurde von der politischen Polizei überwacht und dies bis mindestens 1918. Mit ihren Aktionen wurde sie sogar zur Persona non grata in Hamburg und musste Hamburg verlassen und zog nach Bayern, also ins ganz entfernte Bayern. Sie war radikal. Ja, ich spute mich ein bisschen. Wofür stand also Lida Gustava Heimann? Ja, sie war eine Aktivistin, eine radikale Aktivistin und Mäzenin der Frauenbewegung. Sie steht auch für eine kleine aber feine Gruppen von Frauen aus der Zeit, die die innere Freiheit hatten, alternative Lebensentwürfe auszuleben. Jetzt von der Frauenbewegung her, welches waren denn ihre Expertisen? Also unter den radikalen Frauenrechtlerinnen habe ich mich immer bemüht zu sehen, wofür die einzelnen Akteurinnen oder worin sie sich spezialisiert hatten. Lida Gustava Heimann hat sich Eingang gefunden mit dem Kampf gegen das BGB. Dann hat sie sich ganz klar im Kampf um die politische Gleichberechtigung der Frauen spezialisiert und zwar auf allen Ebenen, also Ebenen, angefangen von der kommunalen Ebene, dann die Landesebene, die Reichsebene. Ein weiterer Kampf, den nachgelassen habe, ist ihr Einsatz in der international abolitionistischen Föderation, das ist eine internationale Föderation, die nicht nur, also nicht primär die Prostitution selbst bekämpfen wollte, sondern die staatliche Reglementierung der Prostitution, von der sie der Aussicht war, dass die staatliche Reglementierung, dieses System der Reglementierung die betroffenen Frauen im System der Prostitution festhielten. Deswegen wollten sie diese Reglementierung abschaffen und die Prostitution selbst auch entkriminalisieren. Und ferner, das ist ein weiterer Aspekt, den ich vorerst nicht ansprechen werde, Lida Gustava Heimann hat sich zusammen mit Anita Augsburg auch radikal pazifistisch engagiert während des Ersten Weltkriegs. Und anstelle eines Schlusses, denn im Grunde bin ich überhaupt nicht fertig, möchte ich nur ein paar Überlegungen mitgeben oder liefern, welchen Platz denn der Standort Hamburg in der Geschichte der radikalen Frauenbewegung einnimmt. Und mein Eindruck ist, dass Hamburg in gewisser Weise als ein Laboratorium der Frauenbewegung fungiert hat, zumindest in bestimmten Sektoren der Frauenbewegung. Das lag nicht zuletzt am relativ liberalen Vereinsrecht, das Sachen möglich machte, die etwa in Preußen schlicht nicht machbar waren. In Preußen nicht, aber auch nicht in Bayern, auch nicht in Sachsen etc. Ich habe bereits die Gründung des Vereins für Frauen Stimmrecht genannt, wo da sozusagen ein juristisches Vakuum oder eine Ungenauigkeit ausgenutzt wurde, um da den Verein zu gründen. Aufgrund dieses Vereinsrechts konnten auch Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg in Hamburg in einer Filiale einer linksliberalen Partei mitarbeiten, bevor das Novellierungsgesetz von 1908 verabschiedet wurde auf Reichsebene. Mit diesem Gesetz von 1908 bekamen die Frauen erst das Recht, sich in politischen Vereinen zu beteiligen. Aber auch da ließ es das Recht in Hamburg zu, dass Frauen Mitglieder in politischen Vereinen wurden. Das war ein interessantes Experiment, sage ich mal jetzt um sehr bescheiden, denn nach kurzer Zeit verließen Augsburg und Heimann diese politische Partei wieder und insbesondere Lida Gustava Heimann hat sehr harte Worte gefunden, um die Art und Weise zu charakterisieren, wie Männer Männer Politik betreiben, ihren Worten nach waren da sämtliche schlechte Charaktereingeschafften versammelt. Ferner hat Lida Gustava Heimann in Hamburg sämtliche Kämpfe der radikalen Frauenbewegung importiert, sozusagen, also jeweils für jeglichen Sektor eine Filiale in Hamburg gegründet und in bestimmten Bereichen ist Hamburg sogar ein wichtiger Standort für diesen Teil der Frauenbewegung. Das stimmt insbesondere für die internationale abolitionistische Föderation. Ja, und was auf jeden Fall bleibt, ist, dass Hamburg und die radikale Frauenbewegung eng mit dem Namen Lida Gustava Heimanns verbunden bleiben, die immer mit Werbe und sehr unnachgiebig ganz zum Leidwesen der Hamburger Behörden für mehr Rechtsgleichheit gekämpft hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf mögliche Fragen. Applaus Vielen Dank.